Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod. Herzlich Willkommen, ihr Lieben, zur neuesten Ausgabe von The End auf Radio 1. Und ich muss sagen, ich bin selten ein bisschen nervös vor Gesprächen, aber lieber Alexander Osang, du begleitest mein Leben schon sehr lang. Und das ist total daran, dass ich dich heute das erste Mal quasi persönlich treffe. Und für die, die ihn nicht kennen, Alexander Osang ist, kann man dich als Chronist fast schon bezeichnen, ein Journalist und Autor, war lange bei der Berliner Zeitung, dann beim Spiegel, hat, oh Gott, wie viele Bücher hast du geschrieben, das weißt du besser im Kopf? Naja, also ich zähle die nicht, aber jetzt habe ich gerade irgendwie eine Lesung gehabt und da hat mich die Moderatorin, die hat es nachgezählt, es waren 20. 20? Ja, ja, 20 Bücher, aber die meisten sind, also viele davon, nicht die meisten, aber viele sind so Sammelbände von meinen Reportagen, die ich für die Berliner geschrieben habe, auch für ein Spiegel, Sammelbände von Kolumnen. Aber es gibt eben nur fünf Romane und so Erzählungsbände und so. Ja, ja. Du hast, also wir reden da gleich detaillierter drüber und du hast natürlich in deiner eigenen Vita die Wende miterlebt als großen Umbruch, du bist Ostberliner, nur für die, die das quasi nicht wissen. Wie war das für dich, wir nehmen mal den 11. September, ein Datum, das für uns alle, da warst du gerade als, oder erzähl die Geschichte selber einmal, du warst als Redakteur da drüben? Genau, ich war als sozusagen Reporter in New York irgendwie seit zwei Jahren für den Spiegel, ich hatte da 1999 angefangen beim Spiegel und war gerade fast genau zwei Jahre eben da in New York und trotzdem noch aufgeregt, weil eben der Spiegel war und weil du so weit in so einer, sozusagen New York ist eben so eine, ist eben doch eher eine Traumstadt, aber eben auch irgendwie eine Verpflichtung. Das heißt, du hast immer das Gefühl in New York, deswegen können viele auch da nicht weg, dass du irgendwas schaffen musst, irgendwas Außergewöhnliches schaffen musst und manche bleiben auf diesem Gefühl irgendwie hängen wie auf so einer Droge. Ich war kurz davor, aber da noch nicht und dann hast du diesen Tag, dann passiert eine Sache wie der 11. September, ich habe, das ist immer schwer jetzt auch drüber zu reden, ich habe es natürlich oft gemacht, weil man immer das Gefühl hat, ob man verrät irgendwie diesen Tag so ein bisschen oder nutzt den aus, wie viele Politiker, die ihn ja ausgenutzt haben später für Kriege und so. Aber es war eben so, dass ich natürlich das Gefühl hatte, ohne genau zu wissen am Anfang, was da eigentlich überhaupt passiert. Ich stand eben auf der Brooklyn Bridge, als ich wohnte in Brooklyn und als der erste Turm zusammenfiel, rannte ich eben dahin, alle rannten weg. Ich war in meiner Erinnerung der Einzige, der dahin rannte und unbedingt dahin wollte, so dicht wie möglich, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist jetzt Geschichte. Du musst irgendwie, ich bin Reporter, ich hatte diesen Druck irgendwie und gleichzeitig Zeitzeuge irgendwie von, also als ich auf dieser Brücke stand und habe, wir reden ja auch über Tod und so, und du siehst, dieser erste Turm, die beide brannten natürlich und der fiel zusammen. Und dann hast du natürlich das Gefühl, einerseits, was man jetzt schwer beschreiben kann von irgendwas ganz Gewaltigem, nämlich, dass du zuguckst, wie Menschen sterben, ohne Menschen dabei zu sehen. Aber ich wusste natürlich, dass da tausende Menschen in diesen Türmen sind. Und andererseits, und das ist eben noch schwerer zu beschreiben, dieses Gefühl von Euphorie, nämlich da zu sein, an dem Moment, wo Geschichte passiert. Also, und du bist eben Zeitzeuge von einem extrem geschichtlichen Ereignis. Ich habe immer dann immer irgendwie, das Einzige, was mir einfiel, war dieser Hindenburg, diese brennende Luftschiff da in New York, weil du hast natürlich auch diese Skyline, du hast diese ganzen Filmbilder im Kopf, alles mischt sich in so einem Moment, in so einem gewaltigen, gigantischen Moment und du hast dir viel, die Zeit bleibt stehen. Neben mir Leute schon total voller Staub, irgendwie schreiend, weinend und erschüttert und dann teilweise eben still, wie gefroren irgendwie. Und nach diesem Moment bin ich dann weitergerannt, näher an den zweiten Sturm, der noch stand. Und als der dann zusammenfiel, war ich, stand ich praktisch direkt vor dem Turm und bin dann in so eine, und dann kam eben irgendwas, was eben, erzähle ich nochmal schnell zu Ende, das ist ein bisschen lang, aber ich bin eben vor dieser Wolke weggerannt, weil mich ein Feuerwehrmann weggeschickt hat. Die erste Staubwolke vom Zusammenhang. Nee, nee, die zweite, also das ist der zweite Turm, ich bin ja dann näher ran an den, da war alles schon weiß, die Stadt und in meiner Erinnerung eben irgendwie fast verlassen und wollte trotzdem immer dichter an diesen zweiten Turm ran. Irgendwie kam mir die Idee, dass der auch noch zusammenbrechen könnte, überhaupt nicht. Und glücklicherweise hat irgendein Feuerwehrmann, als ich direkt, also wirklich 100 Meter davon weg war, hat der gesagt, hau ab hier, verschwinde, also was willst du denn hier? Und ich habe mir gedacht, dichter ran und der hat gesagt, get lost, also geh weg. Und dann bin ich weggegangen und als ich umdrehte, brach eben dieser zweite Turm zusammen und ich kam komplett in diese Wolke rennen, war alles schwarz, kein Licht mehr, gar nichts. Und dann schob mich so ein Polizist runter in so einen Keller und dann war ich mit so Leuten zusammen, vielleicht 30, 40, also in dem Moment, als ich in dieser Wolke stand, habe ich ja gedacht, ich sterbe jetzt hier. Ich ersticke und habe irgendwie mir vorgenommen, du hörst oft, wenn du das Leben schaffst, hörst du oft mit diesem Beruf, das ist allerdings für dich, du, also das, Da warst du in dem Moment, warst du da Alex der Mensch oder Alex der Reporter? Ne, ne, da war ich, da hatte ich all diese Euphorie. Der Reporter hat dich hingetrieben, ne? Genau, der hat mich da hingetrieben und dann habe ich irgendwie gedacht, ich hatte ja zwei Kinder, die zu Hause waren mit meiner Frau in Brooklyn und ich habe irgendwie gedacht, du hast jetzt hier deine, was machst du eigentlich, wie bescheuert bist du eigentlich? Was willst du hier eigentlich? Was hast du hier eigentlich gesucht? Und habe mir wirklich vorgenommen, du lässt diesen Beruf, wenn du hier lebend rauskommst, irgendwie hörst du auf und machst was Nützliches, was den Leuten wirklich irgendwas bringt. Und dann bin ich runter in diesen Keller, dann waren da irgendwie Polizisten, teilweise zivil, Feuerwehrleute, Wasser. Die haben mir gesagt, versuch das auszukotzen irgendwie, was du da verschluckt hast. Spüle deinen Mund aus, spüle die Augen aus, dann saß ich da mit so schreienden, weinenden, schweigenden Leuten. So und so nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, na vielleicht kann man ja mal mit den Leuten reden, die hier unten in dem Keller sitzen. Da kamen die Reporter zurück. In aller, allerletzte Geschichte und bin teilweise mit den Leuten noch in Kontakt auch, die mit mir in diesem Keller saßen, eine Stunde lang da, in Momenten, wo wir nicht wussten, was da oben passiert, ob die Welt untergeht oder nicht. Das war so ein Hausmeisterbüro, wie sich später dann rausstellte in so einem verlassenen Gebäude. Und dieser Moment hat mir am Ende natürlich extrem viel über Leben, Sterben, über wie man so ein Ereignis ausnutzt und so in the long run beigebracht. Aber ich habe viel über mich selbst gelernt in dieser Stunde der stillen Schwüre und Versprechen an mich selbst und an meine Familie und am Ende dann doch irgendwie, habe ich am Ende doch eine Geschichte über die Leute geschrieben, die dann mit mir in diesem Keller saßen. Kurze Frage für mich. Deine Frau, Anja Reich, ist Journalistin bei der Berliner Zeitung. Damals war sie mit dir da. Hat die gewusst, hat die gespürt, mein Mann ist der Typ, der läuft da jetzt hin? Wart ihr irgendwie im Kontakt miteinander in diesem Zeitraum? Wir haben ja auch ein sehr empfehlenswertes Buch darüber geschrieben, über diesen Tag. Wo warst du? Also den haben wir mit beiden sozusagen mit verteilten Rollen und diesen Tag beschrieben, weil wir nicht wussten, was der andere macht in diesem Moment. Und weil man an diesem Tag eben doch unsere Ehe irgendwie ganz gut beschreiben kann, wenn es überhaupt geht, eine Ehe zu beschreiben. Aber wir haben es zumindest versucht. Und wir sind ja beide Reporter. Wir wollten beide irgendwie, waren beide da, um diesen unfassbaren Tag, aber auch diese Stadt irgendwie zu beschreiben. Meine Frau hat sich um die Kinder. Ich glaube, man hat natürlich irgendwie die, die im Kindergarten waren, beziehungsweise mein Sohn war in der Schule. Und das hörte ja natürlich nicht auf, weil die Eltern waren natürlich besorgt. Viele haben in Manhattan gearbeitet aus der Klasse. Meines Sohnes starb ein Vater, der da oben in dem Restaurant war. Also das heißt, der musste schon als kleiner Junge irgendwie mit dem Thema Tod irgendwie umgehen. Und wir mussten versuchen, irgendwie das für uns zu verstehen, aber eben unseren Kindern zu erklären. Wie alt waren die da zu dem Zeitpunkt? Also meine Tochter war Ernst Kleen, die war 2001, genau, die war gerade drei geworden. Die hatte gerade ihren dritten Geburtstag. Und mein Sohn war sieben, acht, als das passierte. Und, warte mal, acht, genau, acht. Wie habt ihr das denn erklärt, was da passiert? Oder die Frage davor ist, wann hast denn du verstanden? Also ich weiß, ich war in Berlin an dem Tag. Ich war abends noch auf einem Konzert hier in Berlin. Radiohead hat in der Wuhnheide gespielt. Ich weiß, ja. Wie lange das gedauert hat, zu verstehen, das ist kein Unfall, was da passiert. Also gerade wenn du von Informationen ab... Habe ich Portishead gespielt? Also ich glaube, Portishead habe ich gespielt in Berlin. Aber ich will mir jetzt auch keinen Unsinn erzählen. Nee, Radiohead. Hätte ich jetzt sicher? Also irgendein Chronist wird jetzt meckern und sagen, einer von uns hat Unrecht. Genau, aber ich war ja nicht da, ich war ja in New York. Aber kurz, wann hast du verstanden, dass das kein Unfall ist, der da passiert? Also das war ganz seltsam, weil ich bin im Auto da hingefahren. Also wir haben Park Slope in Brooklyn gewohnt. Und dann bin ich im Auto so dicht wie möglich an die Brücke gefahren, die Brooklyn Bridge. Da ist ja zwischendurch der East River. Man muss also rüber über das Wasser, um nach Manhattan zu kommen. Und da riefen mich dann schon irgendwie mit schwächer werdender Funkkontakt Leute aus dem Spiegel an. Ich bin zuerst hingefahren, weil ich dachte, das ist ein Unfall. Also meine Kollegin sagte irgendwie, okay, die rief mich an, sagt, das ist ein kleines Flugzeug da oben reingeflogen. Und da habe ich gesagt, naja, so ein Flugzeug, das war Dienstag. Der Spiegel erschien damals noch am Montag. Nächste Woche, da interessiert sich keiner mehr, wie siehst du das Flugzeug und so. Und dann wurde das während dieser Autofahrt immer, immer größer. Also dann brannte der zweite Turm. Aber ich wusste nicht, dass es ein Terroranschlag ist. Die ganze Zeit nicht. Also ich hatte dann so diesen, ich habe gesagt, okay, ich versuche da mal hinzukommen. Es war nur klar, es ist eine gigantische Katastrophe irgendwie passiert da. Die Bilder davon, was da passiert ist, habe ich erst bei meinem Kollegen Hütlin, der im West Village wohnte, zu dem bin ich dann hingerannt. Irgendwann, als ich da rauskam, wieder aus dem Keller. Ich konnte ja nicht zurück, weil die Brücken waren nicht sperrt, alle waren gesperrt, keine Subway fuhr, nichts. Also da habe ich dann erst so ein bisschen begriffen, was da eigentlich passiert ist, sobald man das überhaupt verstehen kann. Also ich wusste, ich war, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, das ist ja auch schwer zu, ich wusste überhaupt nicht, wer Osama bin Laden ist. Ich hatte keine Ahnung, dass es da irgendeinen Kontakt, also irgendeine Beziehung gibt zu irgendwelchem islamistischen Terror. Ich war komischerweise, weil du dir ja vorher angesprochen hast, ich war schon bei diesem ersten Anschlag, der war 93, war ich auch in New York, auf das World Trade Center. Zufällig, weil ich damals studiert habe in der Duke University in North Carolina und bin bei meiner Frau, die war, wir hatten gerade unseren Jungen, der war gerade geboren, der war ein paar Monate alt. Die hat mich besucht in den Spring Break, in den Ferien, in den Semesterferien mit dem Kleinen und ich habe sie abgeholt in New York und an diesem Tag war der erste Anschlag. Und ich habe diese ganzen Connections, die habe ich überhaupt nicht gezogen, zu Afghanistan, irgendwie, Irak, Irak gab es ja auch keine, wie wir dann später gelernt haben. Aber diese ganzen, was da eigentlich passiert ist, diese ganze Magnitude irgendwie von diesem Ereignis, habe ich nicht verstanden. Da unten in Siebenkeller haben wir dann, da stand so ein altes Radio und da haben wir dann gehört, dass es auch Anschläge aufs Pentagon gegeben hat und dass eine Maschine in Pennsylvania abgestürzt ist. Und ich habe irgendwie, wir hatten dann da unten so das Gefühl in der Dunkelheit, dass da oben eine Art von Weltkrieg anfängt. Ich war ja in gewisser Weise, passierte ja sowas auch, aber das, weißt du, das ging stückweise. Also ich habe das nach und nach begriffen, ich habe dann diese Veränderung in Amerika natürlich irgendwie verstanden, Patriot Act, politische, innenpolitische Veränderung. Ich war dann später im Irak, in dem Krieg, der ausgelöst wurde durch diesen, fälschlicherweise, wo dann Verbindungen gezogen wurden, politischer Art. Ich war in Afghanistan mehrfach und habe gesehen, was da passiert ist, was irgendwie auch durch diesen Krieg ausgelöst wurde. Also bis heute habe ich eigentlich nicht richtig begriffen, was da eigentlich passiert ist. Ich habe eine Frage zwischendurch, also durch die Arbeit, die ich jetzt seit ein paar Jahren mache. Ich sehe, oder das ist etwas, was mich interessiert, wir alle leben bis zu einem gewissen Alter, was auch normal ist, mit dem Nimbus des Unsterblichen. Also ich kenne das häufig, wenn jüngere Menschen versterben, siehst du, wie bei den Mitte-20-Jährigen so dieser Schalter umgeht, oh mein Gott, auch uns kann das irgendwann treffen. Und ich hatte zumindest, wenn ich so meine Beobachtungen von damals, heute rekapituliere, das Gefühl, dass, wenn man da vom Einzelnen auf die Gesellschaft hochgeht, dass die Amis gemerkt haben, oh mein Gott, wir sind doch verletzbar. Und bis dato haben wir uns immer wie Superhelden gefühlt, uns kann niemand was. Und wie hast du das, oder ist das was, was du da bei denen, weil du guckst ja immer eher auf die einzelnen Menschen, du hast jetzt ja nicht die ganz großen. Wie hast du das beobachtet bei den Menschen, also so die Wochen und Monate danach, wie haben die sich mit dieser Verletzbarkeit gefühlt? Also zunächst war das, muss ich mal sagen, so blöde wie das klingt, war das, das ist ja eine richtige Beobachtung. Die sozusagen, die haben die Kriege, die haben natürlich Kriege, da sind Leute gestorben, sind in Vietnam, in Korea, im Zweiten Weltkrieg, viele Leute gestorben. Aber die war immer woanders, war nie bei ihnen zu Hause, sind nie angegriffen worden, das ist das Unterschiedliche. Deswegen mussten sie eben sich von Aliens angreifen lassen in Hollywood-Filmen irgendwie. Und dieser Moment, ich glaube schon, natürlich braucht man ja irgendwie so einen Feind, und wenn New York untergegangen ist, war das immer in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Also sonst gab es diese Angriffe auf die Stadt nicht, deswegen hatte man ja auch diese Bilder sofort im Kopf. Aber dieser Moment, diese Tage danach, die waren ganz komischerweise diese Stille in der Stadt. Die Leute waren zugewandter, also irgendwie, da war es fast ein erotisches Gefühl irgendwie, aber auch ein Gefühl der Stille. Diese, was man in New York eigentlich in Manhattan schon gar nicht sieht, dass Leute auf der Straße stehen, unterhalten sich, bleiben einfach stehen und rennen nicht weiter, sondern bleiben einfach stehen. Also diese Gefühle hatte ich extrem, als ich da hochlief, dann vom Ground Zero hoch in die Stadt, und da standen Leute, haben runtergeguckt, standen auf ihren Schwellen, haben sich unterhalten in Manhattan, wo alle rennen normalerweise. Es war Stille, Einhalt für vielleicht vier, fünf Tage. Und dann wurde natürlich ein Bedrohung, also Giuliani, den wir ja jetzt irgendwie kennen, der wurde ja damals als Held gefeiert, auch ich habe den bewundert, der hat ja gleich gesagt, wir müssen weitermachen. Also diese Ruhe, diese Einkehr, diese Stille war sofort für den kapitalistischen New York, weil der eigentlich davon lebt, dass konsumiert wird, dass eben Leute in Theater gehen, in Restaurants gehen, Hotels gehen. Die müssen rennen, sonst bricht die Stadt zusammen. Alles hängt voneinander ab. Jetzt gibt es natürlich Parallelen zu Corona und so weiter, aber damals war das ein völlig neues Gefühl. Das ist eine Stadt. Also ich habe so eine Geschichte, die man macht, gleich in der ersten Geschichte war über ein Broadway-Musical, über die Leute, die da, die sozusagen, Leute hatten ja Angst, ins Theater gehen, sozusagen in Gruppen, weil alles war ja plötzlich ein Target, alles war irgendwie ein Ziel, womöglich für Anschläge. Und die haben sich hier zwungen, auch die Schauspieler, wir müssen weitermachen, wir müssen diese, irgendwie, wir sind Teil eines größeren Projektes, wir müssen die Stadt wieder zum Laufen bringen. Und dann natürlich, klar gab es, was die machen, natürlich das Body-Count. Das ist irgendwie sofort sozusagen, wie viele Leute sterben da? In Vergleich setzen zu den Kriegen, das machen sie ja heute eben auch. Wie viele sterben, wie sind Vietnam gestorben, wie viele sterben jetzt bei Corona? Damals sozusagen war das eine Nummer, die, ich weiß nicht, wie viele das am Ende waren, 4.000 Tote, mit der Zahl kann man ja nicht anfangen. Es war irgendwie, die Fühle müssen irgendwie groß reagieren. Ich habe damals in meiner Straße in Brooklyn, gab es eine kleine Kirche. Da ist, und die Kirchen waren wieder voll plötzlich auch, also die sozusagen, die war eigentlich leer. Und da ist ein Feuerwehrmann beerdigt worden aus dem Viertel, da waren die Straßen, die Kirche war voll und konnte überhaupt nicht rein, war wie ein Popkonzert. Dieser Feuerwehrmann auf dieser Beerdigung. Der ist im Rahmen von 9-11 gestorben. Genau. Und überall parkten Autos in der Gegend, also Feuerwehrautos, alle in dem vollen Brass irgendwie. Die Feuerwehrleute kamen da an, der Pfarrer hat so so was. Ich habe den Pfarrer dann ein paar Tage später mit dem geredet und der hat gesagt, na klar, Leute, gehen in die Kirchen. Und ich war dann auf einer Beerdigung, wenig später, einer Frau, die aus dem Viertel stand, die war Ende 80, eine Lehrerin. Die hatte ihr ganzes Leben in diesem Viertel verbracht. Da waren irgendwie, muss ich aus Erinnerung jetzt sagen, vielleicht zehn Leute da. Der Feuerwehrmann, der kam ja nicht aus dem Viertel, der hatte dahin geheiratet, aber die Bedürfnis zusammen zu sein, mit diesem Tod irgendwie umzugehen, irgendeine Art und Weise sich in Beziehung zu setzen zu diesem Wahnsinns-Event, war viel größer, sagen wir mal, das sehen wir ja bei vielen, wenn Leute versterben, diese ganzen Teddybären, die da immer aufgestellt werden. Aber ich habe das am eigenen Leibe gespürt und diese Frau. Du wolltest das auch, du hattest auch das Bedürfnis. Ich hatte das nicht, ich hatte das als Journalist irgendwie, natürlich, ich war auf beiden Beerdigungen als Journalist. Also ich war bei der Feuerwehrbeerdigung als Journalist und war dann eben bei dieser Frau auch sozusagen, und die hat mich natürlich viel mehr berührt. Also diese Frau, diese, diese, hat mich, weil die irgendwie begreifbar war, weil dieses Leben begreifbar war, weil das eine Lehrerin war, die an der Schule war, und die sozusagen später meine Kinder eben durchgegangen sind. Da hatte ich viel mehr Beziehungen, irgendwie das Leben, hatte ich viel mehr verstanden, als diese wahnsinnige Heldengeschichte, die da plötzlich um diesen Feuerwehrmann gebaut wurde. Und ich habe beides verstanden natürlich. Das ist schon was, also das ist jetzt sehr Stereotyp, also Heldengeschichten ist schon was Amerikanisches. Also die suchen auch nach Helden, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ich habe noch eine Frage dazu, wenn du das so erzählst. Eine Sache, die ich so in der Trauerbegleitung gerne beobachte, ist, wir malen mal ein Beispiel, da verstirbt jemand im Krankenhaus bei einer OP. Der erste Moment ist Trauer, Schock, wir rutschen so zusammen, wie du das gerade beschreibst. Und dann kann man manchmal gucken, wie so einzelne Familienmitglieder, anstatt zu trauern oder dieses Gemeinschaftliche weiterzutragen, plötzlich in so einen Schuldmodus umschalten. Nämlich, an diesem Tod muss jemand schuld sein. Ich fange jetzt an, keine Ahnung, die Ärzte zu bekriegen, die da vielleicht einen Fehler gemacht haben. Und sich dabei, also der Trauerexperte würde jetzt wahrscheinlich sagen, sich dann nicht der Trauer stellt, sondern sagt, ich gehe in den Krieg. Und das haben die ja in einer viel größeren Dimension eigentlich auch gemacht. Also glaubst du, das wäre jetzt die Frage für mich, dieses Positive, was du auch gerade beschrieben hast, dieses Kurz innehalten, vielleicht doch mal näher zusammenrücken, ist davon was übrig geblieben oder ist das in Hass umgeschagen? Du, das sind ganz verschiedene Reaktionen, das ist so eine Art, glaube ich, also man muss da eben, ich bin wirklich immer, habe ich dir ja gesagt, schon, ich bin so ein bisschen zurückhaltend, wenn es um so Kategorisierung von Gefühlen geht oder so was. Aber ich habe es natürlich gemerkt, ich habe, wie gesagt, ich habe diesen Irak, ich war im Irakkrieg und habe da mit Leuten geredet, irgendwie Soldaten, die aus dem Mittelwesten irgendwo kamen oder aus der amerikanischen Provinz, die diesen Tag genutzt haben, um sich zu verpflichten, um irgendwie, und sozusagen das Nächste, was dann passiert war, sie waren im Südirak, in Nazaria irgendwie, sind in den Hinterhalt geraten, die Klappe ging auf, sie sprangen aus ihrem Schützenpanzer, waren beschossen worden und wussten überhaupt nicht, wo sie sind, haben die Sprache nicht gesprochen, haben gar nichts, haben sozusagen Todesangst gehabt, sind durch die Gegend gerannt und alles hing irgendwie mit diesem ursprünglichen Gefühl zu tun, wir müssen irgendwie reagieren auf diesen Tod, auf diesen Anschlag, und natürlich gibt es Wut, Trauer und natürlich sind diese Gefühle, man konnte die ja relativ gut beurten, benutzt worden politisch, haben sich umgedreht, am Ende war diese, deswegen rede ich auch nicht so, also ich habe es ja jetzt wieder gemacht, aber ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten über diesen Tag zu reden, weil er so oft ausgenutzt wurde. Es gab da mal so einen republikanischen Parteitag, vier Jahre später, wo Bush wiedergewählt werden wollte, der in New York sozusagen, was eine demokratische Stadt ist, die hassen die Republikaner, die haben das nur als sozusagen das Hintergrund genutzt, um die Leute nochmal einzuschwören auf dieses vermeintlich republikanische Gefühl, wir müssen zurückschlagen, der Feind ist überall, das heißt, von dieser Trauer, von diesem Gefühl, war da nicht mehr viel übrig, also die Leute, die ihn gehalten haben, haben dann protestiert, praktisch, das ist alle tausendmal gebrochen worden, da ist dann Arnold Schwarzenegger aufgetreten auf diesem Parteitag mit wieder anderen Assoziationen zu Terminator-Filmen irgendwie und so, also davon ist, glaube ich, nicht mehr so super viel übrig, bei mir schon, bei mir, wenn ich das überhaupt sagen kann, im Herzen schon, und dieses Gefühl, in sich dieser Trauer, also ich habe damit ja auch wenig Erfahrung, ich meine, ich habe das immer wieder auch gemacht, ich habe sozusagen auch versucht, Geschichten zu finden, in denen ich irgendwie damit umgehen kann, in denen ich irgendwie verarbeiten kann, professionell, journalistisch verarbeiten kann, aber nie irgendwie mich diesen, ein bisschen sozusagen, darüber können wir auch nochmal reden, später vielleicht ein bisschen in den privaten Bereich, wo ich das eben durchgemacht habe. Was mich, was ich beobachte häufig ist, dass, wenn du jetzt gerade, da musste ich noch nicht, als du von den jungen Männern sprachst, die sich quasi, also fast im Wahn verpflichtet haben, dass ein Gefühl, mit dem wir hier häufig kämpfen bei der Arbeit, und das haben gerne Männer, so ein Ohnmachtgefühl, wenn sie in irgendeiner Form auf Tod treffen, weil das so, wir beide sind das gewohnt, westliche Welt, die meisten Probleme lassen sich mit Intellekt oder vielleicht mit Geld lösen, und auf einmal triffst du auch Probleme, die du damit nicht lösen kannst. Und dass dann aus so einer Ohnmacht so ein Aktionismus entsteht, wo man noch gar nicht weiß, was hinten rauskommt. Aber zieh doch mal vielleicht dann den Vergleich, ein paar Jahre später, New Orleans, Katrina schlägt zu, es sterben wieder Menschen, ja, diesmal lässt sich die Schuld allerdings nicht auf fassbare Menschen runterbrechen, da ist eine Natur, die Schuld hat. Ja, ob das jetzt irgendwie eine Folge vom Klimawandel war, sei mal dahingestellt. Kannst du diese Reaktion in Relation zueinander setzen, wie dort die Menschen damit umgegangen sind? Ach, das ist schwer. Also ich glaube, natürlich gäbe es da auch sofort eine politische Komponente. Es gab immer, da war immer noch Bush, und es gab immer sofort die Reaktion, erst diese FEMA, diese Behörde, die dafür zuständig ist, Katastrophenschutzbehörde hat versagt. Es gab sofort Schuldzuweisungen, korrupte Polizei in New Orleans, es gab dann die, es gab ja Riots, also ich bin ja reingefahren in diese Stadt, da brannte die. Wann, du bist, wie viele Tage danach bist du hingefahren? Also, da warst du nicht live vor Ort. Ich war nicht live vor Ort, ich bin sozusagen, als diese Katastrophe passierte, war ich im Urlaub in Berlin, bin in ein Flugzeug hier gestiegen, habe auf dem Flughafen, hat mich mein Redakteur vom Spiegel angerufen, und ich habe dann gesagt, ich glaube, wir müssen jetzt doch irgendwas machen, da brechen alle Dämme, und bin, habe dann gesagt, aber ich bin gerade in Berlin, ich checke hier gerade in meinem Flughafen, ja, was machen wir denn? Dann habe ich irgendwie über die Reisestelle vom Spiegel, noch in Berlin, in Tegel, irgendwie organisiert, dass ich in Flugkriege in die Nähe, nach New Orleans flog da ja nicht mehr. Bin dann irgendwie nach Montgomery, irgendwie in Alabama geflogen, also erstmal nach New York, mit meiner Familie. Meine Tochter schrie irgendwie, Papa, wo willst du schon wieder hin? Papa, Papa, ich habe irgendwie so, wir hatten ja glücklicherweise gerade Urlaub zusammen verbracht, und dann bin ich sozusagen in New York umgestiegen, in ein Flugzeug nach Alabama, habe mir da einen Mietwagen genommen, und bin dann in der Nacht so dicht wie möglich da rangefahren, dann gab es auch keine Tankstellen mehr, ich bin da mit so einem Fotografen, der immer gesagt hat, wir kommen da nie wieder zurück, wir kommen nie wieder zurück. Wir sind dann jedenfalls auf New Orleans zugefahren, die Stadt stand unter Wasser, und die Sonne ging langsam unter, und da waren Riots, da brannten Polizeiautos, da roch natürlich irgendwie furchtbar, also da war irgendwie auch schon tot, aber alles auch wieder total für mich nicht begreifbar. Also ich war mit diesem Fotografen, wir saßen, dann versuchten Leute, unser Auto zu stürmen, und dann war so eine Familie, die da rauskam. Als ihr drin saßt? Als wir drin waren, ja, da kam so eine Familie, eine weiße Familie, das waren schwarze, diese ganzen Rassenprobleme brachen hoch, also diese Leute, die an den Riots beteiligt waren, waren vor allem schwarze Leute aus New Orleans, aus den Elendsvierteln irgendwie. Und dann kam so eine weiße Familie auf uns zu und sagte irgendwie, die bringen uns alle um, die bringen uns heute alle um, die hingen dann in unserem Auto dran, und der Fotograf hat gesagt, weg, weg, weg. Er hat gesagt, komm, lass mal, für mich mischt sich dann alle sofort. Ich bin dann sozusagen Beobachter, bin auch Journalist, habe dann sozusagen diese Leute, die saßen dann plötzlich bei uns im Auto, wir fuhren aus dieser Stadt wieder raus, die erzählten uns, was sie erlebt hatten in der letzten Nacht, da irgendwie, dass da Warnhäuser geplündert wurden. Also das war ein extrem bizarrer erster Eindruck. Wir sind dann rausgefahren aus New Orleans, haben dann da außerhalb in so einem Hotel geschrieben, ich habe mir erst einen Text geschrieben aus dieser Stadt und bin dann zurückgefahren und habe dann nochmal eine Woche da verbracht, habe über die Polizei geschrieben, wie die versucht hat, Leute zu retten, sozusagen über diese Korruptionsverwürfe, über diesen Staat im Ausnahmezustand geschrieben, ohne irgendwie die, um komplett zu verstehen, was da wirklich wieder passierte. Ich habe es vor allem beschrieben, was ich gesehen habe und da war dann auch schon klar, da sterben Leute, da gab es dann eben wahnsinnige Zahlen von Leichen, die dadurch die Städte trieben, die habe ich nicht gesehen. Und das gab natürlich sozusagen schon auch so den Blick aus Europa, auf einmal, ich schreibe ja für ein deutsches Nachrichtenmagazin, so ein bisschen lächeln, die Amerikaner kriegen sich in den Griff. Da weckt sich bei mir sofort irgendwie wieder der Reflex, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was das für eine Art von Natur hier ist. Also wenn man da unten ist, wenn man die Mississippi sieht, wenn man diese Deltas sieht, da ist für mich erstmal der erste Reflex, das ist eine Natur und eine Leistung, diese Stadt überhaupt bewohnbar gemacht zu haben, die ist vielleicht zweifelhaft aus, sagen wir mal, umweltpolitischer Sicht, aber ihr in Deutschland, hier sozusagen aus Berlin, wo ihr die Spree habt, könnt ihr überhaupt nicht mitreden, was da Phase ist. Das ist ja gerne mal, was ich auch immer wieder beobachte, wie groß die Arroganz der alten Welt und Amis immer noch ist. Also gerade immer, wenn man mal doch mit intellektuelleren Kreisen zu tun hat und das hat halt nichts mit diesem plumpen Anti-Amerikanismus zu tun. Wenn du als Mensch, aber auch als Reporter so eine, sagen wir mal, sehr lebensverändernde Situation erlebt hast, eine Sache, die wir beide gemeinsam haben, du mit ein bisschen Vorsprung, wir haben beide die Wende als Umbruch miterlebt und ich weiß, das ist immer schwierig, Sachen zu tot in Relation zu setzen, muss ich sehen wirklich ganz häufig ähnliche Funktionalitäten bei Menschen runtergebrochen, wenn die mit solchen Situationen, wo von außen eine Kraft dein Leben verändert, die du nicht kontrollieren kannst. Also ich muss mich, wenn es um Trauer geht, spricht man gerne auch mal von einer Anpassungsstörung, so zynisch das klingen mag und das Gleiche passiert aber in diesen Momenten auch. Also so, wie sehen Strategien aus, wie gehe ich damit um, wenn ich aber sowas wie die Wende sehe oder ist das jetzt mein kleiner Blick, habe ich das Gefühl, die wirkt ja bei uns immer noch nach. Also das ist jetzt, wie viele Jahre haben wir jetzt, 33, bin ich gerade falsch? Wir haben 2001, 32 Jahre sind wir jetzt dahinter und das ist immer noch was, was gesellschaftlich da ist, sicherlich auch durch Menschen, die quasi die Geschichten erzählen, aber ich habe das Gefühl, dass diese Erlebnisse aus der Wende, also gerade wenn ich so meine Elterngeneration anschaue, meine Mutter ist 59 geboren, mein Vater 57, das ist für die das einschneidendste Erlebnis im Positiven wie im Negativen gewesen. Absolut, also sozusagen, das ist einfach so. Und ich glaube, dass eben diese Muster, diese Erfahrung, die man gemacht hat in diesen Familien, also diese Sorge um Existenz, meine Eltern sind natürlich älter. Du bist 64. Genau, und für die war das natürlich extrem, also viel extremere Erfahrungen. Die haben ihre Arbeit verloren, also mein Vater hat seine Arbeit verloren, damals meine Mutter nicht, und diese ganzen Familienstrukturen zerbröselten irgendwie so ein bisschen, also alles wurde neu. Und das ist natürlich, ihr gehabt dann als Sohn, musste damit umgehen, dass ich relativ schnell Erfolg hatte in meinem Beruf. Also ich habe, und hatte dann das Gefühl, ich muss meinen Eltern irgendwann zurückgeben, habe denen dann Reisen gekauft in irgendwelche Länder irgendwie, habe aber selber diese, für mich ist es eigentlich so, dass ich diesen, also auch diese Trauma, wie die anderen eben auch, immer schreibend irgendwie versucht habe zu verarbeiten. Meine Frage, die nochmal darauf abglaubst du, also ist das, ich gucke ja manchmal, ist das so auch in den einzelnen Nationen und schließen die Amis mit solchen Traumas schneller ab oder ist das bei denen auch noch da und wir kriegen es nur nicht so mit? Also ist da New Orleans oder ist da 9-11 immer noch nicht nur das historische Datum, sondern auch was, was die Leben beeinflusst? Und das ist das, was ich bei der Wende sehe, das hat immer noch ganz viel Einfluss auf die Leben. Also ich glaube schon, dass wir auch nach wie vor, also die Wende ist natürlich wichtig, aber ich glaube, wir sind auch durch den, sozusagen durch den, durch den Zweiten Weltkrieg immer noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Auch wir, beide, die wir hier sitzen, 62 bin ich übrigens geboren, ich bin noch älter. Und, nee, nee, das ist ja, I'll take it as a compliment. Und die, ich glaube, ich habe mal, als ich in Amerika war, ein Bekannter von mir, der war in, der war in Vietnam im Krieg und hatte plötzlich Probleme in seiner Ehe. Na, also seine Frau und dann kam, waren sie auf einer Eheberatung und so, Therapie, Ehe-Therapie und so und die Frau hat ihm vollgeworfen, du kannst nicht über deine Probleme reden. Du kannst, du redest zum Beispiel nie, der ist ein Intellektueller, hat Germanistik studiert irgendwie und so, Boston, Ostküste. Du kannst zum Beispiel nicht über den Krieg reden. Er hat nie über Vietnam reden können, nie über den Tod reden können, nie über, auch über Töten reden können natürlich. Und, und daran ist die Ehe. Der hat getötet. Ja, offensichtlich. Er konnte nicht darüber sprechen, zumindest nicht mit seiner Frau. und darüber ist die Ehe zerbrochen. Er hat es versucht, er hat dann sozusagen, er ist dann in der Therapie, also es gab so einen Kounselor in der Nähe von Boston, zu dem ist er gegangen. Der war selber Vietnam-Veteran und der hat Veteranen aus verschiedenen Kriegen in seiner Gruppe gehabt. Die haben sich einmal in der Woche getroffen, haben über diese Dinge geredet, weil sie mit ihren Frauen nicht reden, weil sie Alkoholprobleme hatten, Drogenprobleme, alle möglichen. Da waren Leute aus dem Zweiten Weltkrieg, zwei Leute dabei, aber waren Leute aus dem Irakkrieg, aus Korea, aus Vietnam, verschiedene, eine Männergruppe. Der hat dann mit denen eben gesprochen. Ich habe dann irgendwie gesagt, du sagst mal zu meinem Freund, Bekannten, das ist natürlich super interessant für mich, werdet nicht eine Möglichkeit, da teilzunehmen. Dann haben die darüber beraten in ihrer Gruppe und dann haben sie gesagt, ja, und dann bin ich mal für drei Monate da mal hingefahren und habe an diesen Gruppensitzungen teilgenommen, habe immer bei diesem Kounselor geschlafen da, habe mit dem auch meditiert, zum ersten Mal und letzten Mal in meinem Leben übrigens und war dann in diesen, und da habe ich eben begriffen, da war ein alter Mann, der war Anfang 90, der war Gunner in einer Maschine, also der saß in der Kanzel von so einem Flugzeug und hat deutsche Städte angeflogen, Nürnberg und so und hat immer gesagt, hat sich praktisch bei mir entschuldigt, also bei mir sozusagen drei Generationen später entschuldigt und hat gesagt, ich habe niemanden getötet, so ungefähr, wollt ihr mir sagen, der hat bis heute noch von diesen Flügen geträumt, eine Mischung aus Angst und Schuld und alle möglichen, die waren ja die Guten nochmal in diesem Krieg, für die Vietnam-Veteranen war das viel, viel schlimmer und für die Leute, die aus dem Irak, da waren junge Leute dabei, die haben über, in diesen, die kamen gerade aus dem Irakkrieg, über Selbstmordversuche geredet und so, das waren völlig verstörende Sitzungen, aber da habe ich eben gemerkt, wie tief diese Verletzungen, wie sehr die diese Gesellschaft bis heute prägen, also Vietnam ist bis heute ein wahnsinniges Trauma für viele Amerikaner und die folgenden Kriege, das geht weiter und dieser Idiot Trump irgendwie, das wird die weiter verfolgen, glaube ich, also das ist so, wir werden, und deswegen ist diese Wendezeit immer ja, das nervt mich ja, das hat mich ja von Anfang an genervt, das ist jetzt vorbei, wir sind jetzt ein Deutschland, wir müssen hören, das auf der Breite, ich habe das ja, selbst mein Vater wollte darüber nicht reden, also bis zu seinem Tod und der, obwohl ihn das so verletzt hat und so, was hat der zu DDR-Zeiten gemacht, der war Ingenieur, also mein Vater war Ingenieur irgendwie, aber er war ein großer Fan, von Helmut Kohl zum Beispiel, also da haben wir uns auch gestritten, also ich war zum Beispiel, ich war ja totaler Ostler, ich bin so katholisch aufgezogen worden, der hat, mein Vater hat, ich war so Ministrant in Weißensee in der Kirche und so, der hat mir versucht irgendwie, welche katholische Kirche, also die, St. Josef in der BM Straße und da war ich jahrelang Ministrant und da bin ich zum Religionsnachricht, da bin ich erst kommunieren, wir haben hier firmt worden und so, meine Eltern wollten mir irgendwie so eine Art Gegenwelt zeigen, irgendwie zeigen, dass es ein anderes Leben gibt, mein Vater war also kein großer Freund der DDR, um es mal so zu sagen und hat mich aber im Prinzip, weil ich ja auch in eine sozialistische Schule gegangen bin, irgendwie an dieses Land vorlenkt, war großer, glühender DDR-Bürger letztlich, also es war meine DDR, Fußballnationalmannschaft war meine Mannschaft, er war Fan von der deutschen Nationalmannschaft und wir haben seltsamerweise anschließend eben extrem widersprüchliche Erfahrungen gemacht, ich habe Erfolg gehabt in diesem kapitalistischen System, was ich nicht wollte, ich war komplett dagegen, ich war völlig gegen diese Wiedervereinigung und mein Vater hat die gefeiert und er hat seinen Job verloren, ich habe Erfolg gehabt, wir haben wenig darüber, wie sie eben leider, also ich habe, also ich habe jetzt gerade ein Buch darüber geschrieben, eben sozusagen, da geht es auch um Tod, um die Tod meines Vaters und so. Wie heißt das Buch? Das heißt Fast Hell, also Fast Hell, sehr empfehlenswetter Buch, um das Buch zu machen. Also für die, ich verlinke, also wo warst du, also all die Bücher, also gerade wo warst du, habe ich selber verschlungen, das neue habe ich noch nicht gelesen, aber wir verlinken die unter dem Podcast, dass man die in jedem Fall findet, aber Entschuldige. Nein, nein, aber da war das eben sozusagen, ich habe mit meinem Vater über viele dieser Dinge leider nicht reden können, wie Söhne und Väter kaum so richtig sprechen, irgendwie, und ich war bezeichnenderweise, was heißt bezeichnenderweise, auch zufälligerweise, also mein Vater in der Nacht, als der gestorben ist, war ich auf der Beerdigung von Helmut Kohl. Also total bizarr, ich war in Speyer, wo Helmut Kohl beerdigt worden ist und in dieser Nacht ist mein Vater gestorben. War das absehbar? Nein, der war, also er war schon krank irgendwie, aber er war jetzt nicht, er war jetzt nicht, war nicht klar, dass der jetzt in dieser Nacht stoppt, wir haben uns vorher, also wir haben uns am Tag vorher noch gesehen, haben miteinander gesprochen und so, aber er war sehr krank, also er war sehr, er war schon auch sehr, er war alt und krank und es war klar, dass er jetzt nicht ewig leben würde, er hatte mit einem Herz Probleme und ist auch daran dann gestorben, aber es war natürlich nicht klar, dass er in der Nacht stirbt, wo ich in Speyer bin, bei Kohl zur Beerdigung, also total absurd. Und weil du das vorhin gesagt hast, das Interessante ist natürlich, dass ich das sofort in diese Erzählung, was ich ja jetzt auch wieder mache, übersetzt habe, sozusagen dieser Moment, mein Vater war mir natürlich unfassbar nahe und er war ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, war ein echt ein guter Vater, sobald ich jetzt sagen kann, und sofort habe ich diesen Helmut Kohl Beerdigungsding, habe sofort eine Kolumne darüber auch geschrieben, also sofort in so eine Art Erzählung übersetzt, und auch das ist ja eine Art und Weise, damit umzugehen. Das ist was zum Beispiel, was wir hier immer in der Arbeit schauen, ich glaube, oder ich bin, das ist meine Überzeugung, dass jeder, also wir können mit Verlusten umgehen und ich glaube, man muss wirklich schauen, wo sind die Handwerkszeuge, die jeder hat, und das ist natürlich bei jemandem, der schreibt, relativ naheliegend, dass das quasi ein Zugang ist, wie man damit irgendwie zurechtkommen kann, aber hast du denn in der Kolumne die Geschichte von Kohl und von deinem Papa vermischt? Naja, also ich habe diese Kolumne, handelte vor allem von dieser Beerdigung von Helmut Kohl und davon, dass ich, ich war natürlich nicht da, wie war die, beschreibt die mal. Na die war, also ich stand, ich war ja nicht zu ihr, im Prinzip war ich nur da, weil ich ein Porträt über Angela Merkel schreiben sollte, Angela Merkel war da und Angela Merkel hat ja sozusagen, hat ja viel mit Helmut Kohl zu tun, das war ja so eine Art Vatermord, zumindest wurde das so gerne dargestellt, sie musste Kohl loswerden, um selber sozusagen Karriere zu machen, politische, also auf der Ebene zumindest als Bundeskanzlerin. Sie war auf dieser Beerdigung in Speyer, im Dom, ich war da natürlich nicht eingeladen, im Gegensatz zu Christoph Diekmann, der da drin ist, ich stand draußen im Regen und wollte aber irgendwie dieses Gefühl haben, wie wird der zu Graben, war vorher in Ludwigshafen, da fuhr der, da kam der her, da fuhr der durch, Oggersheim, durch so eine wirklich, da gab es dann auch noch einen Shitstorm gegen mich, weil ich das irgendwie, auch in dieser Kolumne geschrieben habe, diese Stadt sah grauenvoll aus, die sah schlimmer aus als, ich habe geschrieben, jeder Pissbahnhof in Mecklenburg-Vorpommern, sieht inzwischen besser aus, das ist das Stadtzentrum von Ludwigshafen, und dann gab es sozusagen Hashtag Pissbahnhof und Ludwigshafen hat mir einen Kalender geschickt, wie toll die Stadt eigentlich ist und so und ich habe dann da auch nochmal gelesen, ich habe also versucht zu beschreiben, in dieser Kolumne, die ja nicht besonders lang war im Spiegel, die Bewunderung und habe dann eben so gesagt, mein Vater hat Helmut Kohl bewundert, ich nicht, also ich habe dann wirklich in der Nachwendezeit kurz überlegt, ob ich einen Attentat auf Helmut Kohl mache, also nicht richtig ernsthaft, aber schon der Gedanke hat crossed my mind, weil ich dachte, dieser Arsch kommt hier rüber und trampelt in meinen Träumen rum von einer besseren Welt, von einem besseren Deutschland irgendwie und die Leute auf der Straße schreien alle, wir sind entfolgt, ich dachte, es sind halt Neonazis, die das geschrieben haben und diese Gedanken, all diese habe ich so ein bisschen in der Kolumne verarbeitet, dass ich mit Helmut Kohl nicht viel anfangen konnte und dass es mir ja trotzdem jetzt irgendwie, dass es berührend war, wie dieses Auto durch diese verlassene, runtergerockte Stadt fährt und er uns immer diese blühenden Landschaften versprochen hat und irgendwie wirklich mittlerweile jede Tankstelle im Osten besser aussieht als Ludwigshafen und so das habe ich darüber und im letzten Satz, dann habe ich geschrieben, wie ich nachts irgendwie auch nach der Beerdigung Saumagen zu essen in so einer Kneipe in Speyer, hatten die dann natürlich geschäftsüchtig, wie sie sind, sofort das Lieblingsgericht des Kanzlers war Saumagen und es hat eigentlich okay geschmeckt, hat ein bisschen schwer im Magenwerk und dass ich dann irgendwie in mein Hotel zurückgegangen bin und dann habe ich nur einen Satz geschrieben und dieser Nacht starb mein Vater. Also im Prinzip war das natürlich klar, ich meine, das war irgendwie eine Art und Weise, das war der einzige Satz, den ich dazu geschrieben habe, aber es war natürlich ein Hammersatz letztlich, nach so einer letztlich irgendwie launigen Kolumne über so eine seltsame Beerdigung. Aber hast du eine Schuld gespürt, dass du nicht da warst, dass du jetzt bei diesem verhassten Helmut Kohl auf der Beerdigung hängst? Ich hätte die, glaube ich, gespürt, wenn ich nicht vorher bei ihm gewesen wäre oder bei meinem Vater gewesen wäre und vielleicht habe ich es auch gespürt. Also ich bin jetzt nicht relativ schlecht sozusagen als mein eigener Therapeut, aber ich glaube, Schuld spielt eine große Rolle, erst recht, wenn man katholisch erzogen worden ist, irgendwie geht es immer viel um Schuld und um Beichten und so und teilweise rutschig als Journalist eben doch sozusagen in so eine Beicht-Situation rein. Ich glaube, dass es immer irgendwie eine Art von sozusagen, dass es immer eine Rolle spielt. Ucht, bin ich den Erwartungen meines Vaters gerecht geworden? Ich bin ja ein ganz anderer. Er ist Ingenieur, er war ein Technikmann. Ich bin ja eher ein Schreiber geworden, nicht so geschickt. Also all diese Dinge spielen natürlich irgendwie eine Rolle. Auch diese Missverständnisse, die man zwischen Vater und Sohn gibt. Und natürlich ist es dann seltsam, an so einem fremden Platz zu sein, irgendwie völlig woanders zu sein. Und trotzdem hatte das auch was Friedliches natürlich. Also bei der Beerdigung von eben Helden von ihm zu sein, der zwar nicht mein Held war, aber immerhin wenigstens sein Held war. Das ist schon versöhnlich, ne? Ja, finde ich. Und insofern hielt sich mit der Schuld die Waage. Der interessantere Gedanke ist ja, warum muss ich mit diesem doch relativ Privaten eigentlich sozusagen in der Öffentlichkeit umgehen? Also für mich ist ja Schreiben schon irgendwie eine Art und Weise, mit der Welt zu kommunizieren. Also das ist meine Art und Weise, die Welt zu begreifen. Aber eben glaube ich, ich habe meine Trauer und meine Fassungslosigkeit und eben auch in gewisser Weise verdrängt. Oder ich weiß nicht, ob man es Verdrängen nennen soll, aber ich habe irgendwie, für mich war das eine Art und Weise, damit umzugehen. Also diese Art in der Öffentlichkeit. Also als Zwischensatz, ich finde diesen negativen Nimbus, den Verdrängen, aber ich finde Verdrängen gar nicht schlimm ist. weil das ist ein total normaler Prozess, weil das wäre so meine Frage eigentlich zu dir, weil was ich sehe durch deine Vita als Schreiber, egal ob jetzt Journalist oder Tod ist immer wieder ein Thema und was ich mich frage, also das wollte ich vorhin erzählen, ich erinnere mich dran, wie ich das erste Mal über deinen Namen gestolpert bin und immer noch dachte, dass Ursagen irgendwas Asiatisches sein könnte. Frag mich nicht, warum. Nein, nein, denken viele. Bei meiner Mutter stand die erste Biografie über Tamara Danz. Jetzt muss ich mir den jahren. Tamara Danz ist wann gestorben? Die ist, du kannst genau sagen, die ist nämlich gestorben, als ich auf Hochzeitsreise war. 1996. Genau, die kam glaube ich, ich muss so 18 gewesen sein. Da war glaube ich so gerade Abi-Hochzeit und ich dachte, weil du mal die Heldin meiner Mutter und ein Asiate schreib, deren Biografie frag mich. Kennst du das, wenn du so Sachen auch nicht hinterfragst? Und wenn ich das aber jetzt richtig im Hinterkopf habe, korrigiere mich, eine der letzten, du hast die am Ende auch in ihrer letzten Phase noch gesehen? Nein, nein, gesehen, wir haben drei Telefonate geführt und das Frappierende daran war ja, das ist interessant, also das hatte ich jetzt gar nicht, das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass wir, sie war sterbenskrank und ich wusste das. Sie war in dem letzten, sie hatte Krebs praktisch im Endstadium und für die, die das nicht wissen, einmal eine Tamara Danes ist die Sängerin von Silly gewesen, Silly, die man heute auch noch kennt und war eine der, sie war der Rockstar im Osten, die weibliche Rockikone, die der Osten hatte. Ja, ja, total, also war ein Superstar, ich kannte sie, also zumindest, ich war jetzt kein großer Silly-Fan, aber ich mochte Tamara total gerne und hatte schon mal ein Porträt über sie geschrieben, wir kannten uns so ein bisschen, haben uns so aus der Nähe, also in der Nachwendezeit und ich wusste, dass sie krank ist und ich habe Interviews für, Telefoninterviews, lange und wir haben diese Thema tot ausgeklammert, sie hatte selber thematisiert, irgendwann hat sie gesagt, warum machen wir das überhaupt, Alex, jetzt die ganze Zeit, warum reden wir die ganze Zeit, weil ich, willst du irgendwie meinen Nachruf schreiben oder so und ich habe gesagt, ach Tamara, hör auf, du wirst wieder gesund und so und habe diesen ganzen Mist erzählt, den man eben so erzählt und habe diese Interviews geführt, drei lange über ihr Leben, über die Band, über die Zeiten, über Kapitalismus, Sozialismus, alles Mögliche und habe die abgeschrieben und die lagen dann in der Berliner Zeitung und ich bin in, habe hier heiratet, meine Frau, Anja Reich, mit der ich immer noch verheiratet bin und, vorbildlich, vorbildlich, ja, also wir haben ein Glück, wie soll man das sagen, das ist toll, alles und wir sind auf Hochzeitsreise, ich war nach Amerika und waren in Montreal und ich habe auf so einem Roadtrap und so, ich habe dann angerufen und dann hat er sagt, mein Redakteur, Tamara ist gestorben und ich habe gesagt, und wir haben diese Interviews veröffentlicht und ich habe gesagt, bitte, ja, Hasi, Hasbecker, das war ihr Mann, der Gitarrist aus der Band war da, Uwe Hasbecker, Uwe Hasbecker, genau, hat die gelesen und die Band hat gesagt, okay, wir machen das, wir haben diese Interviews veröffentlicht und ich habe gesagt, und ich war geschockt irgendwie, weil ich da erkennein, weil ich irgendwie so, die Führer hatte, ich habe Kontrolle über all diese Sachen verloren, weil natürlich dieses Unausgesprochene, wir haben nicht über ihren Tod geredet, immer noch im Raum waren, ich hatte ein unfassbar schlechtes Wissen, ich habe sofort eine große Ankündigung, wir waren noch mit Freunden, ich fahre jetzt nach Hause, verlasse unsere Hochzeitsreise, fahre jetzt sofort nach Hause, ich musste an der Beerdigung teilnehmen von Tamara. Damit Anja auch sofort weiß, auf was sie sich eingelassen hat für das Sprecheres Leben. Und dann habe ich irgendwie selber gemerkt, auf so einem Motelparkplatz, an so einem Highway, habe ich diese große Rede gehalten, wie lächerlich das eigentlich war und bin dann da geblieben natürlich und habe dann aber irgendwie gedacht, ich muss, ich bin damit noch nicht fertig, ich muss da irgendwie und habe dann dieses Buch geschrieben und habe mit so lange, natürlich mit Uwe, mit ihrem Ehemann, aber auch mit Richie, mit dem sie auch mal, also der Keyboarder, mit dem sie auch mal ein Verhältnis hatte, lange Jahre geredet, mit ihren Eltern geredet, mit Jugendfreunden, mit allen möglichen, mit Politikern, mit denen sie zu tun hatte und habe ein Buch darüber geschrieben, woran die sich erinnern. Also sozusagen, wie Tamara deren Leben beeinflusst hat und was eigentlich übrig geblieben ist von dieser Frau in den Erinnerungen dieser Leute und das war diese Tamara Danz, war eigentlich keine Biografie im eigentlichen Sinne, sondern hieß auch Legenden, Tamara Danz' Legenden, aber es war dieses Buch, also es ist so eine Art Standardwerk. dieses ganz nahe Foto mit dieser unglaublichen 80er-Jahre-Frisur. Ute Mahler hat das Foto gemacht, ja, tolle Fotografin. Genau, so ein Coverfoto von so einer Silly, ich glaube von Mon Clamotte oder Bataillon d'Amour oder irgendeine Silly-Platte, war diese, das springt dich regelrecht an. Du kannst quasi, dieses Haarspray, kannst du riechen. riechst du Haarspray. Und das hat mich wirklich, also das sind so zwei Erinnerungen an den Musikgeschmack meiner Mutter. Eine Platte von einem Typen, der in seiner Jeans-Tasche eine rote Kappe hatte oder so, Springsteen, und Tamara Danz war natürlich für sie eine totale Heldin. Aber wo du gerade saßt, das finde ich ganz spannend, wo du das echauffiert sein, wie wird mit Arbeit von dir umgegangen oder sich kurz echauffieren. Es ist ja hoffentlich noch ganz weit hin, aber wie ist denn, wenn du jetzt hier rausgehst und wir haben festgestellt, wir sind in Prenzlauer Berg, du bist Fahrradfahrer, die Chance, dass der wild gewordene SUV-Fahrer dich trifft, ist wahrscheinlich größer als ein Lottogewinn. Ja, soll ich sagen. Was ich mich bei Schriftzeilen immer frage, so dürfte Anja, hast du irgendwelche Vorkehrungen getroffen, was mit dem Zeug auf deinem Computer passiert? Darf ich das veröffentlichen? Nee. Auf keinen Fall. Nee, nee, das ist so eine Sache, die sozusagen, damit möchte ich mich ungern beschäftigen, ehrlich gesagt. Sie können im Prinzip alles machen mit allem, was sie macht. Ich war da auch nicht besonders sorgfältig mit allen möglichen Romanen anfingen und so. Es ist frei. Hiermit sozusagen kannst du Anja, es steht zu Anjas Verfügung. Ich fand, hier war vor ein paar Jahren mal Sebastian Fitzek zu Gast. Man ist die Bücher mag, ist einmal dahingestellt, aber der erzählte was ganz Charmantes. Der meinte, ey, ich kann das doch jetzt gar nicht sagen, stell dir einfach vor, ich bin kurz vor meinem Tod noch durchgebrannt und das ist die einzige Möglichkeit, wie meine Frau die Miete bezahlen kann, die soll machen damit, was sie möchte. Dennoch finde ich es selber immer relativ schwierig, wenn es so posthume Veröffentlichungen von Sachen gibt oder gebe. Ich finde es auch schwierig, ich habe das jetzt gerade, deswegen muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht sollte ich da doch mal irgendwas hier reden. Ich habe nämlich gerade von Herndorf, den ich sehr bewundere, Herndorf, für mich einer der stilprägendsten Autoren überhaupt, die es gibt, also für mich zumindest und da wird ja auch immer noch mal so Zeugs veröffentlicht, immer noch so Fragmente von Geschichten und da finde ich eigentlich nicht, also das missfällt mir so ein bisschen. Für die, die, ich muss mal auch, Herndorf hat, was die meisten wahrscheinlich kennen, Schick hat er geschrieben. Er hat in Plüsche Wittern geschrieben, zum Beispiel ganz großartig und hat Sand geschrieben. Die große oder die traurige Geschichte ist, Herndorf bekommt einen Hirntumor, wenn ich es richtig im Kopf habe, fängt an, darüber einen Blog zu schreiben und ich habe ihn irgendwann mal zitiert, also auch bei mir im Buch, wie der beschreibt, der hat sich ja irgendwann einen Revolver, meine ich, besorgt und wie der überlegt, wo muss ich denn eigentlich hinschießen, dass ich tot bin. Also so diese Angst des Suizidenten. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wer ist denn der, der, also der Schriftsteller Alexander Osagen stirbt, wer darf deinen Nachruf schreiben oder von wem würdest du wünschen, dass er den Nachruf Nee, damit habe ich mich echt nicht beschäftigt. Das wäre auch so ein bisschen vermessen, finde ich. Also das sollen sie dann regeln, wenn es soweit ist, wenn es überhaupt ihn gibt, wenn wir mal hoffen. Ich habe für, ich habe im, im, da war ich noch in Israel, ich habe ja in Israel auch gelebt, längere Zeit, vor zwei Jahren, da kam irgendein Redakteur auf die Idee, ich sollte Peter Schreier, aber so ein Peter Schreier ist ein Opernsänger, war eigentlich der, eigentlich der, vielleicht sogar der berühmteste Tenor aus dem Osten, aus Dresden war der, Kreuz, diese ganze Sache irgendwie und hat überall ein Groß, an allen großen Skala, an der Met, überall gesungen, war ein Weltstar, zu Ostzeiten schon, hat die meistverkaufte Weihnachtsplatte der DDR irgendwie besungen, Weihnachts, Peter Schreier singt Weihnachtslieder und irgendwie sagte so ein Westfaktor, stell doch dem mal in unserer Weihnachtsausgabe, red doch mal mit dem über die Zeiten, Pegida, der wohnt eben immer noch in Dresden, Pegida war stark und allmögliche, ist so ein interessantes Gesprächsthema, sehr, sehr naheliegend, ich bin in Tel Aviv, aber egal, ich bin hingeflogen, habe Peter Schreier besucht, das waren tolle Gespräche, ehrlich gesagt, dieser Text ist erschienen, ein Jahr später starb Peter Schreier, der war schon sehr krank, auch da schon, als ich mit ihm redete und der Spiegel bat mich, ich war immer noch in Tel Aviv, können Sie nicht für unsere Nachrufseite so einen kleinen Nachruf schreiben, ich habe gesagt, klar, mache ich gerne und drei Tage später entschuldigte sich dann jemand, der Redakteur, da war es ja, sind so viele gestorben am Wochenende, der schöne Nachruf von Peter Schreier, den ist leider rausgefallen, also das heißt, selbst als Weltstar ist nicht klar, das hat mich unfassbar bewegt, leider muss ich sagen, nicht nur, weil mein Nachruf so toll war, aber eben auch, weil, wir reden über Print, wir reden über Print, genau, sondern weil er das eben eigentlich nicht geschafft hat und er war Spiegel, das wäre ihm wichtig gewesen und so, das war traurig, insofern, das ist mir eigentlich wurscht, wenn man einen Nachruf schreibt und ob, also es wäre schon irgendwie schon eine Ehre, wenn überhaupt jemand Ihnen schreibt, das weiß man ja alles nicht, aber damit beschäftigt mich den wirklich nicht. Aber haben Anja und du grundsätzlich mal, also gerade, wenn man viel unterwegs ist und auch durchaus an Orte geht, wo es brennt, in allen Dimensionen, habt ihr grundsätzlich mal miteinander geregelt, was passiert? Anja liegt mir da echt in den Ohren, die sagt eben, also ich sozusagen als großer Verdränger habe das eigentlich, vielleicht ist es jetzt wirklich anders, sich mal diesen Dingen zuzuwenden, also weil, sie sagt, hat das schon, also im letzten Jahr schon öfter mal gesagt, ich war wirklich an vielen, ich war ja auch in, also wesentlich nach Reaktorkatastrophe in Fukushima, ich war in, also bei den Tsunami da in Thailand und so, ich war schon an vielen, in vielen Kriegen und so, und insofern, ja, also es sollte man, und ich fahre Fahrrad, wahrscheinlich, ich fahre Fahrrad, Da ich auch Fahrradfahrer bin, das ist glaube ich das höchste Risiko von allen. Ja, absolut. Aber so hast du nichts geregelt, das ist ja auch nicht schlimm. Nichts geregelt, ich habe es irgendwann mal so ein bisschen gemacht, wenn ich totale Angst davor habe, das erzähle ich hier viel zu oft, ich habe ganz irrationale Angst davor, verbrannt zu werden, also völlig auch bescheuert, aber, und denke auch immer, das könntest du dir passen, mit der, was ist, wenn die doch recht hatten, und da kommt die, die Auferstehung, was ist, was ist, und dann bin ich verbrannt, was ist denn dann, das geht nicht. Nein, aber ich finde es, ich finde es, ich weiß nicht, deine Kinder sind jetzt älter, ich habe das bei mir doll gemerkt, wie so ein Umdenken stattfand, als ich Vater wurde, also wie du auf einmal denkst, oh warte mal, da sind ja welche von mir abhängig, das war ein ganz neues Gefühl für mich, also so, und ich weiß nicht, wie alt warst du, als dein Sohn auf die Welt kam? Also ich habe noch einen großen Sohn, als der geboren wurde, war ich 20, also unfassbar jung, viel zu jung, muss ich mal sagen, und als die anderen geboren wurden, war ich meine Tochter 30 und mein anderer Sohn 35, Quatsch, mein Sohn 30, meine Tochter 35 oder 36 sogar, also da, bei meiner Tochter hatte ich das erste Mal dieses Feuerwerk viel zu beschleunigt, also am Anfang war ich zu jung, um diese riesige Verantwortung zu spüren, hatte Urvorteile, war anders, und dann war ich zu, hatte ich zu viel Tempo drauf, also ich hatte ja immer nach dem Mauerfall Gefühl, ich muss unfassbar viel aufholen, ich dachte, ich habe die Welt nicht gesehen, ich muss jetzt, ich muss jetzt alles gleichzeitig machen, ich muss sozusagen, ich muss, und hatte dann so ein, also wirklich, ich habe mit so einem Tempo gelebt, dass ich viele Dinge ja nicht wahrgenommen habe, in meinem privaten Umfeld, und erst als Geburt meiner Tochter hat sich das ein bisschen verändert, muss ich sagen. weil ich weiß, ich habe dann auch so leicht, als Tilda heißt, meine Tochter kam, so leicht hypochondrische Anwender, auf einmal, Gott, jetzt habe ich auch, und das ist so ein Nachteil von meinem Beruf, meinbar, die Geschichten, die hier landen, gehen halt nie gut aus, hier wird aus jeder kleinen Krebsdiagnose, die häufig behandelbar ist, wird bei uns ja immer die schreckliche Geschichte, und das war schon, wo ich mich abgrenzen musste, gelingt es dir, also als Journalist dich abzugrenzen, gegen die relativ vielen Geschichten des Sterbens, die du begleitest? Na, bei Tamara zum Beispiel ist es mir nicht gelungen, also bei Tamara Dansk, über die wir eben gesprochen haben, da war das so, dass mich das wirklich erreicht hat, also das hat mich wirklich verstört, ehrlich gesagt, ich konnte das nicht, ich kann mich erinnern, in irgendeiner Nacht habe ich mir dann, mitten in der Nacht bin ich wach geworden und habe mir die Haare abrasiert, mit so einem Rasierer und hatte dann eine totale Glatze, weil ich irgendwie dachte, ich musste jetzt mein Leben ändern, ich musste, also ich war völlig, da war ich echt durch den Wind und total dünnhäutig und so, da hatte ich irgendwie die Fühle, ich habe dazu sehr eingegriffen und Dinge nicht ausgesprochen, die man nicht mehr, also das habe ich echt mitgenommen, muss ich immer sagen, bei anderen, dass du der Todesbote warst, oder? Ja, irgendwie in der Art und Weise, keine Ahnung, dass ich mit dem Tod nicht verantwortlich bewusst umgegangen bin, dass ich über diese Dinge, also nicht mal der Bote, sondern eher derjenige, der den ausnutzt, also der diesen Tod nutzt, irgendwie für journalistische Zwecke benutzt, der diese Gespräche irgendwie, der immer im Hinterkopf hatte, du willst eigentlich ein Gespräch mit einer sterbenden Frau machen, deswegen war das ja für mich auch so schockierend, obwohl ich es ja eigentlich von Anfang an einkalkuliert hatte, dass es dann passiert ist, dass es sozusagen gedruckt wurde, dass dieser, sagen wir mal, diese Angst so war, also sozusagen, dass die, dass die für mich, das nicht mehr zurückzuholen war, also das hat mich, also das hat mich, hast du mit Uwe und so, der Mann hat danach drüber gesprochen? Natürlich, wir haben viel darüber gesprochen, ich habe auch Uwe natürlich in einer Zeit begleitet, in der er selber natürlich sehr, sehr angegriffen war, also wir haben, ich kann mich erinnern, da, wir waren bei Jastro da, in deiner alten Heimat, da ist so ein Bildhauer aus Mecklenburg, der, der da auf dem Land wohnt, der hat, der hat die einen Grabstelle gemacht und wir sind da, und da bin ich mit hingefahren, mit Uwe und mit einer anderen Frau, die ihren Mann verloren hatte und wir waren da oben, das hat hier Regen, ein eiskalter Regen im Winter irgendwie, sind da über die Felder gelaufen und der hat ja weinend die ganze Zeit und war völlig neben sich und ich war auch irgendwie außerhalb. Also wir haben, natürlich, das war ein pausendes Thema, diese Trauern, diese Dinge, die unbeschreibbar eigentlich sind und dann, aber der Wunsch eben auch seiner großen Liebe, irgendeine Art von, das sollte ja auch so eine Art Vermächtnis sein, er war ja an diesem Projekt total beteiligt, der hat ja auch alles vorher gelesen, also auch diese. Das Buch kannte er komplett. Der kannte das komplett, also der hat sich dann mit diesem Buch und hat auch gesagt, er hat die ganze Zeit durchgeheult, als er das alles gelesen hat, zurückgezogen, wo sozusagen so viele Stimmen sich an seine Frau erinnert haben praktisch, die da zu, mit diesem, aus diesem Manuskript da zu ihm gesprochen haben, also er kannte das natürlich alle, irgendwie, er war Teil davon und wir, natürlich war das die ganze Zeit Thema, also und, und das hat mich, das hat mich, ich wollte auch nicht, also ich habe eine einzige Lesung, normalerweise lese ich ja dann, gehe zu Lesereisen und so und da habe ich, auch das war eigentlich viel zu viel für mich, also ich mit meinem, mit meinem kallrasierten Kopf irgendwie, war dann, wir hatten im Kesselhaus eine einzige Veranstaltung in der Kulturwahl, da waren irgendwie tausend Leute da, also für die, ich höre da manchmal auch Menschen, die Nikos Berlin, ein Kesselhaus ist auf einem alten Gelände, die Kulturbrauerei hier in Berlin und war, also heute ist es sehr durchgestylt, das war lange auf jeden Fall, ein schöner Kulturort in der Stadt. Genau und da waren standen draußen lange Schlangen von Leuten, die nicht reingekommen sind, die sind natürlich wegen der Mara vor allem gekommen, nicht meinetwegen, aber wir haben dieses Buch da vorgestellt, im Gespräch mit der Band und ich habe nie daraus gelesen, weil ich, das nicht noch, also das konnte ich nicht, also da war ich nicht dazu in der Lage, irgendwie mit diesem Phänomen, irgendwie auch diesem Art von, in so einer Art Vermarktung oder, also keine Ahnung, ich habe heute Morgen das Gespräch mit einer sehr, sehr jungen Kollegin, die ist noch mal zehn Jahre jünger als Icke, wie so aber, wie so Gefühle aufkommen und die ist jetzt seit einem Jahr bei uns und in diesem Jahr fangen plötzlich an, Leute in ihrem Umfeld zu sterben. Wieso plötzlich die Idee kommt, oh mein Gott, da gibt es Kausalketten in meinem Kopf. Ey, dann kann ich eigentlich für mich nur eins hoffen, dass du nie anfängst, sehr lange Interviews mit mir zu führen, weil das dazu führen könnte, dass du was schreiben musst. Wir müssen leider, weil die Zeit rennt, ich würde wahrscheinlich mit dir noch drei Stunden quatschen können. Ich verlinke alle Bücher, lest endlich mal wieder den Spiegel als Print, wir haben vorher drüber gesprochen. Nein, also gerade, wo warst du, ich fand das fantastisch, was ihr da beide gemacht habt. Das neueste Buch kenne ich noch nicht und auch die Biografie, die Legende Tamara Danz, wenn man sich der annähern möchte, das Buch kann ich jedem nur ans Herz legen. Alex, ich danke dir, dass du auch so spontan Zeit hattest, zu kommen und dass du so offen erzählt hast. Ja, danke. Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Vielleicht. Bis zum nächsten Mal.